Ich hatte bereits ein Kind verloren. Das konnte ich einfach nicht sein. Für Wochen habe ich wehgetan, für Monate konnte ich nicht sprechen. Bis endlich war ich fertig, fühlte ich so verletzt und weich. Ich habe mir gefragt, wie ich sie schaue und wie sie kämpfen. Jetzt, am Ende, bin ich bereit, Dinge richtig zu machen. Komm, weiß aber nicht, ob das jetzt beides das gleiche sein wird. Ui, alles ist unter Wasser. Aber hier muss ich doch nicht hin, oder? Oh, eine Treppenstufe zu weit. Ui, Klatsch. Lass mich raten, ich muss da vorbeischleichen. Das stimmt eigentlich, ich könnte so umstellen. Komm, es tut mir leid, vielleicht werde ich das rausschneiden. Vielleicht auch nicht, vielleicht müsste ich das jetzt alles sehen. Es tut mir leid. Äh, nein, nicht Controller. Controller ist bestimmt sicher einfacher. Also, um, erster Angriff machen wir auf die sieben. Hallo? Das ist nicht dein Ernst. Das geht nicht. Ja, dann machen wir erst mal Magie-Control. Das ist beides-Control. Mach was, das lefte-Shift. Hä? Mayu, du das. Hallo? Undefinit. Hallo, du sollst doch left-Shift. Danke. So, äh, erster Angriff. Nein, warum left-Shift? Ich bin... Ich bin so intelligent. Wo ist denn Schleichen? Hier, left-als. Das wollte ich eigentlich hier drauf machen. So. Sprinten. Äh. Was? Beides left-Shift? Äh. Ich verstehe das nicht. Dann greif halt mit. Mit was greifst du denn an? Hast du die 1 drin? Nein. Ich habe auch die 1. Du nervst. Erster Angriff 1. Nö, kann ich nicht. Ich muss nicht die Num-Taste... Die Num-Taste? Huch. Toll. Danke, Spiel. Erster Angriff. E mache ich trotzdem hier. Schleichen machen wir auf. Die Buchtaste. Ha. Was hast du davon? Und Sprinten machen wir... Die Taste runter. Hallo? Funktioniert nicht. Ich habe die Einschränkung nicht bestätigt, oder? Doch. Hä? Spiel. Weil du tut es. Na. Jetzt. So renne ich. Und was ist hier? Wie kann ich das aktivieren? So kann ich das... Ich wollte da hoch. Was bringt mir das jetzt? Au. Außer ein Beinbruch. Geht das automatisch hoch, oder? Nee. Geht das hoch? Hä? Well. Das bringt mir überhaupt nichts. Was ist los? Offline-Bilds? Warum offline? Offline? Habe ich auch... Ah. Ich habe den Stream beendet. Das ist wunderschön. Die Aufnahme läuft aber noch. Tut mir leid. Hallo, Kinder. Ich habe auszusehen den Stream beendet. Yeah. Es tut mir leid. Das war nicht mein... Mein... Was ich wollte. Es wäre witzig. Nein, das wäre es nicht. Dann würden Sie das ja nicht sehen. Tut mir leid. Es kommt gleich wieder. Ich muss jetzt voll die Kettenreaktion machen. Und lustigerweise bleibt er jetzt hier. Hallo. Wo ist ich hin? Well, at least Wolf was kind enough to install a cable ride across the river. Kudos. Kudos. Oh, der ist. Was haben wir hier? Haben wir noch... Nein, haben wir nichts. Das ist gestöhnt. Ich... Ich... Die hat überhaupt keine Glitch. Darf ich da jetzt... Warum du nicht hochspringen? Dahinten Ventil sein. Achso. Das sehe ich. Nein. Wartet. Ja, ist bestimmt voll das Geheimnis. Woher ist es hier? Da ist ein W. Die Gründung von Ulrika Teil 1. Das werden wir uns dann irgendwann später ansehen. Wahrscheinlich, wenn das das letzte Mal vorbei ist, denke ich. Boah, das kann passieren. Hängt doch... Was wäre... Natürlich die überhaupt nicht, dass plötzlich der Wasser... Zustand... Wasserzustand, was ist das? Wasser... Stand? Au! Ich sollte aufhören. Unterzuspringen. Kran, komm mal her. Warum muss man... Warum bedient man eigentlich einen Kran mit einem Ventil? Das verstehe ich. Dann... Au. Das ist okay. Äh! Au. 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 Ah. Die hauen mich. Warum auch immer die... Ein... Nö. Nö, die... Okay. Ha. L2B. Tschüss. Okay. Hier sind wieder Soldaten. Ich würde gerne... Ich muss sagen, die Bäume sind sehr hübsch. Aber es sieht einfach wirklich so atmosphilisch aus. Warum brennt man nicht einmal recht gut? Da ist ein Hebel. Das war geplant. Was ist denn hier? Oh. Na, ist Tag. Was ist so das? Au. Ich war doch noch mal gesprungen. Ich war doch noch mal. Nicht. Da komme ich niemals vorbei. Und dann muss ich das hier aktivieren. Und dann aus dem Weg springen. Vielleicht. Oder muss ich das aktivieren. Wie originell. Tschüss. Lustigerweise öffnet sich auf magische Weise eine Tür. Aber ich gehe jetzt hier rein. Hallo? Ich seh nix. Öh. Das find ich aber lustig gemacht. Alles klar. Hallo an alle, die da sind. Das Stadtarchiv. jewelry. paper covered with dust and lies might just contain a clue to help me uncover the truth suspect in the disappearance of alertas women and my father's death as well who is this creature from hell an ugly face hiding ugly secrets and an even uglier contractor so it seems looks like the Der Seuer ist mein nächster Stop. Na ja, ich bin bereit, diese Kette von Wurms zu öffnen. Jetzt, wie geht es um einen Tinnöffner zu öffnen? Auch besser. Lass uns diesen verdammten Rat finden! Alles klar, so. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es tatsächlich dieser Typ, der die Ratten... Steine angeht. Okay, damit komme ich klar. Okay, alles gut. Wo muss ich jetzt hier runterspringen? Oder wo muss ich... Kann ich jetzt die verprügeln? Oh, ich kann sie schnetzeln. Du hast wache Joey umgebracht. Okay, die haben sogar noch Namen. Ich habe Nemo umgebracht. Ich habe Metalski, Walter. Lass dich raten, das ist ein Insider. Äh, von Leuten, die entweder gespendet haben, Entwickler sind oder... Irgendwie Special Fangs. Ich wette, das ist so ein Insider. Ich feiere das. Oh, zufälligerweise ist die Kanalisation da unten. Wunderschön. In der Laderbildschirm. Der Rattenfinger von Hameln? Kann sein. Ich dachte einfach nur, der Rattenfinger kann auch sein. Leck, 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 leck. Ich glaube, die Kanalisation kam tatsächlich im Trailer, also in der Demo vor. Das ist so schön. Fair, her skin so bright. Her mind, not so much. She copied my homework. I ate her lunch. One day, Mary's mother sat in the principal's office crying. We instantly knew, yet another girl missing. Yet another mystery in tomorrow's paper. Her seat remained empty, as did mine the following day. Her father and granny agreed the city was no longer a safe place for me to stay. Ja, ja. Doch, sie ist doch sehr einladen worden. Aber sie hat das schön gereimt. Nee, wer ist denn hier? Das ist also wie so ein Rohr entlanghandelt. Also das Spiel ist echt cool. Ich finde, ich muss sagen, mir gefallen diese düsteren Versionen von, äh, hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig gehe oder falsch. Also, ähm, es erinnert mich auch wirklich an Alice Madness Returns, wer es kennt. Ich denke, ich werde ich deaktivieren, wer es da oben ist. Aber ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ja. Äh, ich wusste es ja nie. Wir sind jetzt deaktiviert. Moment. Erstmal möchte ich da vorne durch. Ich, ich möchte nichts verpassen. Ich möchte wirklich nichts verpassen. Ähm, ich, also wie gesagt, ich habe übrigens den Satz immer noch nicht vorhin erinnert. Ich mag diese düsteren Spiele, die etwas mit, äh, Märchen und so zu tun haben, nur in noch düsterer. Und das ist halt beispielsweise wie, äh, Alice Madness Returns ähnlich. Das ist halt wie, äh, Rotkäppchen nur in verstörend. Okay, das heißt, wir müssen das irgendwie öffnen. Ich werde den anderen Knopf gemacht lassen, dann muss ich da wieder das ganze zu... Das ist da unten. Seht ihr das da? Wasser? Ach, das ist ne... Eine ist von diesen Wachen. Alles klar. Dann werden wir jetzt erstmal das hier öffnen. Ich weiß nicht, ob sie diese Körbe bringen, aber ich, äh, ich nehme sie auf. Jetzt sind ja dauerhafter Kiegel, ne? Ja. Warum auch immer dieses Ding funktioniert, wenn man das hier zu macht, das Dreck entlässt und dann kommt... Ah, mehr dampft. Ah, weg.